Jau Leute, Caseboy hier Leute. Heute machen wir wieder ein Video Leute. Und so heute gibt es nochmal ein Gewinnspiel Leute. Und zwar, ich wollte euch fragen Leute, habt ihr Bock auf ein Gewinnspiel Leute? Und das Gewinnspiel ist, was zu gewinnen ist, dieser Adidas, diese Adidas Jacke Leute, Sportjacke. Und die ist auf jeden Fall richtig fresh Leute. Richtig geil Leute, die sehe ich auf jeden Fall auch an. Und ja Leute, ich wollte euch auch noch sagen, und ich wollte euch auch noch, was ihr dafür tun müsst, ist erstens mich abonnieren, zweitens das Video euch liken, drittens, drittens in die Kommentare schreiben, drittens in die YouTube Kommentare schreiben, Hashtag Sportjacke oder einfach Hashtag Adidas und führt mich einfach auf Instagram anschreiben Leute. Wenn ihr das habt, schreibt mich an, gebt mir eure Adresse und so, ich komme bei euch rüber, keine Sorge, ich veröffentliche die auch nicht, Leute. Ja Leute, und soll ich, äh, ja das war es auf jeden Fall für dieses Video. Ich habe noch eins davon Leute, das ist noch in meinem Schrank drin. Und Leute, ich bekomme hier gerade Kommentare, die ich, hier sehe, bekomme ich gerade Kommentare an meinen Computer Leute. Und ich halte die, alle so, dieser Maki zum Beispiel, schreibt Hashtag abonniert Leute. Ja, den grüße ich auch im nächsten Video. Okay Leute, das war es auf jeden Fall für dieses kleine Gewinnspiel hier. Wenn euch das dir gefallen hat, gebt mir dann noch um. Sag ich einfach mal, bis zum nächsten Video. Peace.